Servus alle miteinander zu Winningers Wirtshaus Weisheiten vor dem Spiel am Oberwiesenfeld gegen das Perlacher Projekt. Die Burschen haben einen neuen Trainer, Andi Heraf, Österreicher, vorher beim SV Ried. Von daher ist das ein ziemlicher Blindflug, was wir da systematisch und taktisch erwarten können. Vor allem auch deswegen, weil es keine Informationen dazu gibt, wie die Mannschaft in den Testspielen aufgelaufen ist. Von daher stellt sich die Frage, wie wird der Heraf bzw. ein Trainer, der vor allem Niederlagen verhindern will, um aus der Abstiegszone herauszukommen, das Ganze angehen. Ich persönlich würde als Grundformation ein 4-4-2 wählen und das dann mit einer dynamischen Dreierkette offensiv zu einem 3-5-2 werden lassen. Das 3-5-2 deshalb, weil es einerseits wahnsinnige Breite im Spiel geben kann und durch die kreierte Überzahl, aufgrund von der Verschiebung auch haufenweise Passdreiecke entstehen und das grundsätzlich, auch wenn es dann bei Ballverlust in die andere Richtung geht, sich schnell und ohne große Komplikationen wieder zurück auf die kompakte Grundformation schieben lässt. Kompakte Defensive, schnelle Spiele nach vorn, vertikale Spielzüge, das wird es sein, womit sich die 60er im Spiel auseinandersetzen müssen. Sofern da jeder Spieler in der Türkgücü-Mannschaft das tut, was ihm aufgetragen ist, wird es natürlich, wie immer in solchen Duellen, eine heiße Kiste werden. Wenn die Offensivspieler ihre Defensivaufgaben halbscharig oder nicht ganz so konzentriert oder wenig lustlos ausführen, dann wird es eher schlecht. Vor- und Nachteile des Ganzen bitte wieder der Taktiktafel auf 60er.de entnehmen, da steht das drin. Kommen wir zu den Schlüsselspielern, Nummer 1 im Tor, René Vollard, im Prinzip ein Torwart, der selbst keine, beziehungsweise kaum Fehler macht. Wenn der eins kriegt, ist normalerweise die Abwehr davor schuld, von daher, der Mann ist eine Bank, müssen wir erst einmal überwinden. In der Defensive haben wir dann den Innenverteidiger Mergi Mavray, der ist Kapitän, Abwehrchef, von den statistischen Werten her jetzt ein bisschen unterhalb des Durchschnitts in der dritten Liga. Allerdings im Aufbau, Pässe nach vorne und so weiter, ganz weit vorne dabei. Dann haben wir Tim Rieder, auch als Ex-Löwe bei uns natürlich bekannt. Welche Rolle das er genau kriegt, werden wir sehen, der kann sowohl Innenverteidiger als auch defensiver Mittelfeldspieler spielen. Ich persönlich würde ihn im defensiven Mittelfeld aufstellen und im Fall des eigenen Ballbesitzes als den Pendler in der dynamischen Kette einsetzen. In der Offensive haben wir dann einmal den Serkan Sarrarea, einer der besten Techniker in der Liga überhaupt. Torgefährlich, schnell, dribbelstark, wahnsinns Auge für einen Mitspieler, Dreh- und Angelpunkt, seit er bei dem Verein ist. Defensiv hat er natürlich seine Defizite, wenn er aber seine Defensivaufgaben genauso akribisch löst wie seine Offensiven, dann ist er auf jeden Fall ein Gewinn. Sarrarea, sein kongenialer Offensivpartner Sliskovic ist während der Woche nach Wiesbaden gewechselt. Von daher, wer ist der Schlüsselstürmer ganz vorne? Carvajner, eher nicht mit erst zwei Einsätzen in der Liga, genauso wenig wie Mikkels, der auch erst bei sechs Einsätzen steht. Bleiben noch Türpitz und Frenetzi. Frenetzi, der Mann mit den meisten Scorer-Punkten zwischen diesen beiden, ist wohl derjenige, der eher der Schlüsselspieler sein wird. Er hat vier Tore, vier Vorlagen. Türpitz, fünf Tore, eine Vorlage. Auf beide gilt es aufzupassen. Frenetzi ist sicherlich der technisch stärkere und auch derjenige, von dem generell mehr Gefahr ausgehen wird. Als Fazit kann man festhalten, mit den drei in Folge gewonnenen Partien in der Liga und dem recht guten DFB-Pokalspiel im Rücken sollten die 60er da mit breiter Brust auflaufen und vor Geisterkulisse im Olympiastadion die Mannschaft von Türkgücü besiegen können. Voraussetzung dafür ist wie immer, Konzentration und Einstellung müssen hundertprozentig passen. Dann wird es ein Erfolg. So, dann wünsche ich ein schönes Spiel und wir hören uns nächste Woche vor dem Spiel gegen Kaiserslautern wieder. Pfiat euch!